Ja, ich werde ziemlich schnell mit den Kommunen ins Gespräch kommen, um dann gemeinschaftlich die Strategie abzusprechen, überregional hier uns auch besser aufzustellen im Kreis Unna. Ja, ich bin elf Jahre jetzt Bürgermeister in der Stadt Selm, habe viele Erfahrungen sammeln dürfen und konnte aber auch mein Wissen, was ich aus der freien Wirtschaft gesammelt habe, mit einbringen. Und das ist, glaube ich, auch meine Stärke, die ich hier im Kreis Unna dann auch vermitteln möchte. Ja, dass er Schützenbruder ist. Ja, er beruft sich immer gerne auf seine Kumpels in Düsseldorf und Berlin. Ich regle die Themen lieber alleine.